Julia, aufrichtigen, herzlichen und freudigen Glückwunsch zum Sieg heute. Drei Punkte, Platz zwei. Besser konnte der Abend nicht verlaufen für euch, ne? Ne, das stimmt. Es war echt ein hartes Spiel, aber wir haben durchgekämpft und dann haben wir uns das auch verdient. Das sehe ich auch so. Erste Halbzeit habt ihr überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, habt gut gestanden und zwei Tore. Wunderbar. Und zweite Halbzeit, klar, irgendwann lässt die Konzentration nach. Ja, da kamen die ein bisschen besser ins Spiel, aber ich fand, wir haben echt gut noch dagegen gehalten. Absolut. Und ja, haben es zum Ende durchgebracht. In diesem Sinne Glückwunsch zu Platz zwei in der Tabelle. Dankeschön. Jetzt rückt ihr den Hopferschlitterinnen auf die Pelle. Ich freue mich am letzten Spieltag vor der Winterpause auf das Spiezenspiel und hoffe, erster gegen zweiter. Ja, so wird es kommen. Feiert heute einfach, ja. Machen wir, machen wir. Ich danke dir und grüß bitte ganz liebes Team. Mach ich. Danke. Super, danke. Killing in the name of. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. Some of those that workforces are the same that burn crosses. A killing in the name of. A killing in the name of. A killing in the name of. Men. ey Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017